hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren kanalvorstellung ja heute ist der kanal im 3x4 tech dran oder my tech oder my for tech also könnt ihr aussprechen wie ihr wollt ich habe jetzt mehrere videos angeguckt ich konnte nicht herausfinden wie er das sagt aber ich würde einfach mal sagen wie vor tech oder mal tech aber das ist euch überlassen auf jeden fall ein schöner kanal aber das stelle ich mich jetzt mal vor ja hier oben haben wir den banner da ist ein schöner name noch drin hier oben haben wir auch noch ein kleines avatar bild und dann haben wir den trailer meines kanals ja dann gehen wir auf die kanal info und dann schauen wir mal was uns hier erwartet 29 abonnenten 260 aufrufe beitritt am 15 8 2015 und noch nicht so lange dabei aber schon ordentlich was los finde ich immer cool und dann schauen wir doch mal beschreibung hey ho leute danke dass ihr auf meinen channel seit und er euch vielleicht gefällt wenn ja dann freut es mich wenn nein sagt mir warum damit ich mich verbessern kann dann haben wir abgeschnitten laufende projekte let's play minigames jetzt fehlte immer samstags anstehende projekte landwirtschaft simulator 15 minecraft projekten haben wir noch nicht genau bekannt minecraft mod test da haben wir soziale netzwerke instagram skype google plus und dann details noch haben wir die e mail und links haben instagram und google plus sehr geil schauen wir mal bei playlisten rein da haben wir die minigames und jetzt feiltal videos und dann seht ihr schon vor einem tag vor eine woche zwei wochen drei wochen ein monat hier wird ordentlich hochgeladen ich habe auch schon ganz viele trailer hier angeguckt oder intros besser gesagt und die sind sehr gute muss sagen also gefallen mir ja auch die musik dazu auch bei vielen titeln hier wie das hier das sind immer schöne musik hinterlegt sehr sehr cool anzuhören stimme versteht man auch sehr angenehm ja jetzt weiß ich gar nicht was zu gucken aber ich würde einfach sagen wir schauen uns den trailer meines kanals an der war eigentlich ganz gut und ja er gefällt mir schon sagen jetzt sind auch toll gestaltet hier unten mit dem namen drin finde ich sehr cool also gibt es ja schon mühe und ja was soll man sagen ich kann nur sagen mach auf jeden fall weiter das ist immer das wichtigste immer was machen und man sieht ja vor einem tag und da macht man auf jeden fall nichts falsch rein ich habe in einem video gesehen dass du krank warst das wird das hier gewesen sein glaube ich sehr cool von oben da warst du glaube ich krank hast du gesagt oder der auf jeden fall auf eine gute besserung ich habe das auch die letzten tage gehabt war ein bisschen schlecht zurecht und ich weiß ich habe sehr viele projekte und sehr viele deswegen wenn es auch mal länger dauert erinnert mich ruhig vergessen tue ich euch nicht aber es ist immer wieder mal besser an mir zu schreiben dann kann ich noch mal deswegen nochmal nachsteuern und deswegen bist du heute auch dran ich habe dich jetzt dazwischen gehauen das ist wahrscheinlich schon fertig gehabt aber ich habe mir gedacht alles klar nee nee so geht das nicht und zwei monats ist schon echt lang und das möchte ich ja und ich möchte ja euch alle so gut wie möglich unterstützen wobei ich habe eine lange liste und ja manchmal schreiben dann wie so viele gleichzeitig und ich will es auch nicht beurteilen nach abos oder sonst irgendwas sondern ich mache es einfach wo ich gerade denke okay hake ich ab und dann gehe ich da durch und deswegen wenn es dann mal ein bisschen länger dauert oder so keine sorge vergessen habe ich nicht gewertet auf jeden fall dran kommt dann gebe ich mir ganz viel mühe und dann gehen wir das ganze durch ja sonst haben wir hier berserkers challenge minecraft sky wars german deutsch dann my tech for intro new intro der tod von oben neues projekt let's play minecraft sky wars let's play minecraft minigames der neue trailer meines kanals let's game minecraft party let's play minecraft intro 3 intro 2 vorstellung lexis burns und intro 001 alles von meinem kanal und herzlich willkommen auf meinen channel sehr geil übersicht seite ja hier da lasse ich jetzt kurz laden ist auch schnell gemacht und hier ich weiß nicht ich will jetzt keine tipps oder sonst irgendwas aber du kannst auf jeden fall auf deiner übersicht seite noch hier alle videos dann sieht man sofort was du hast vielleicht die playlist noch einfliegen und dass das einfach ein bisschen belebter ist weil die meisten leute ist immer so die gehen gucken sich die übersicht seite an und danach gehen die das heißt viele gehen nicht direkt in die playlist und sagen okay guck mal hier und wenn du das direkt sag ich mal hier verlinkt hast dann können sie direkt sehen ach da ist ja was ist halt einfach ein bisschen einfacher für die leute kann ich dir nur empfehlen musst du nicht machen ist dein kanal ich kann es nur vorschlagen und jetzt liebe leute habe ich jetzt tauten ach so war nur sie okay alles klar dann würde ich sagen liebe leute lehnt euch zurück ins spannt euch und genießt hier der trailer meines kanals und das hatte ich gut gemacht also let's go ja liebe freunde das war sein kanal das hat er sehr schön gemacht das fände ich ich sehr sehr cool schöne musik da kann man noch mal ganz kurz hier vorlesen hey leute und die neuen auf meinen channel gelandet sind erstmal danke da ich hier seit und ich hoffe mein trailer gefällt euch wenn ja lasst doch eine gute bewertung oder ein abo da ja auf jeden fall ja ich kann immer sagen mach weiter so die qualität ist gut hier sind mal 20 jahr vielleicht irgendwann wenn das programm höher stellst du kannst du noch auf 1080 was hochladen gerade bei guten trailer aber warum nicht schadet nie und wie gesagt immer weitermachen schön videos raushauen und da bist du auf jeden fall auf einem guten weg ja dann kommen wir auch was rein aber ich sag mal du hast ja erst vor kurzem angefangen am 15.8 ist ja noch ganz frisch jetzt zwei monate und schon 29 abonnenten so hat sich die gruppe ist auch top also ich habe auch mal ganz klein angefangen ist ganz normal deswegen ich kann ja nur sagen hau weiter videos raus mach weiter so ist echt cool und unterhaltsam und minecraft ist ein schönes spiel das spielen sehr viele und deswegen kann ich nur sagen und liebe leute schaut drauf unterstützieren wenn euch minecraft gefällt gibt ihnen tipps wenn ihr irgendwas habt was euch ein was er besser machen kann hatte ja reingeschrieben könnt ihr machen ist immer gut und wirklich auf jeden fall hier kann ich noch sagen auf jeden fall ich werde in die beschreibung werde ich packen sein link und die community von uns da könnt ihr natürlich videos posten wo auch immer schön videos rein posten von mir so können die leute auch schneller deine videos entdecken ja ansonsten ich bedanke mich und sorry noch mal für das lange warten aber vergessen habe ich nicht und ich hoffe es gefällt dir und ja wenn irgendwas zu fragen hast oder noch mal irgendwelche verbesserungsvorschläge oder so ich bin gerne bereit dir was zu sagen zu unterstützen schreibt mir einfach fragt mich und ich bin da ja ich bedanke mich ganz herzlich herzlich mein gott ja das ist mein ich habe jetzt wieder mein headset auf ich muss jetzt mein neues mikrofon noch mal ein bisschen besser einstellen dann habt ihr wieder den besseren ton und jetzt habe ich gerade das ding im mund verwurschtelt ja ich bin wieder zurück und du blödsinn kopf ja ja ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten kann auf euch schon jetzt wieder jeden abend 20 uhr ich freue mich auf euch ciao